Wenn ich los sage, nehmen wir los. Aber lass dich nicht von vorne anwischen. Los! Wer ist weg? Huck! Warte bitte! Also, ich erkläre es dir. Du musst dich von vorne anschleichen und dann hupen. Wir machen den Rest einfach. Ich zeig's dir. Der ein Typ, der von Lachen nicht wegschmeißt. So, du bist dran. Wieder ein Hose. Ich hab da nicht mal eine Hupe. Mäme. Ich bin kein Mäme. Oh, ja. Okay, lass mir was einfallen. Oh, oh, das ist weg. Da ist der Zaun. Pass auf. Nicht?